ich komme wieder nicht hoch komm ich denn hier wieder weg jetzt da wie bist du hier untergekommen tja ha ha ich finde ja immer die geilen wege schützenwege ja auf jeden fall wäre praktisch dann abholen könnte ich würde aber ich gar nicht abschmieren ja winter ist eh hier durch gleich ja ich bin schon unterwegs kann theoretisch hinter zu unserer base immer gibt es hier noch mal ein bisschen mehr salami es ärgert sich die haben sich extra hier gesetzt und das so mit dem plündern und so nein warum muss ich das machen wir haben alles dem extra also kann ich hier auch abbauen also haben wir echt gut gecleared hier alles es steht hier auf der mauer auf der lauer ich kriege gerade die auto generatoren achso ich möchte ja hoch also ja genau da in die richtung wo ich lang muss ach ihr habt ja den aufzug abgebaut jetzt fall ich runter und sterbe ich bin in die komplett falsche richtung gelaufen zu dem wo du gesagt wirst wo ich eigentlich hätte dann bleib mal da wo du bist ach nee hört auf so so P Konstrukte also hau'n wir so Fleisch drehen machen wir und sich keine rum wir schweigen warum baust du auch einfach den Aufzug ab? ich weiß nicht schlimm schlimm komm wir nicht mehr runter oder auch nicht das muss ja runter nicht hoch es sei denn du gehst hoch dann musst du runter du hast so ein Drecksteam echt ey alles nutten kurz aussteigen ich muss das essen wieso kannst du nicht in dem Pferd essen? ne kann ich nicht dann wenn ich den Sitz verkrümmel weiß ja richtig mit Salami ja viele Leute hab ich gehört ich weiß ja diese Salami Krümmel die kriegst du nicht mehr weg ne das sind richtige ordentliche Fleck Salami Krümmel so ja bei der Leder sitzen oh ja wo ist er denn jetzt äh nein das ist die andere so wir müssen zu unserer Basis wenden mir gerade im Kopf verarzt haben äh da soll ich äh er ist bei der Basis und dann weiter geradeaus bei den Epsilon Basin da drüber ah da ich sehe ihn ja du kommst leider ein bisschen zu spät du hast echt was verpasst hier war was los in diesem Ding wo wir eingebrochen sind ja ich bin eingebrochen ich hab mir gefolgt wir haben der also eingebrochen wie in der Bank oder eingebrochen in die Erde äh aufgesprengt ja mit äh aufgesprengt ok und hier ist nichts mehr drin und dann was dann passieren weißt du du musst denn du siehst äh 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 Terminator Bäume oder was auch das war was richtig ordentliches riesengroße mit vier riesenbeilen wer hat denn schon wieder einen Hund weiß ich das war ein ein also 哇 Oh das war schon Ich bin der Schall Hallo Ja Hallo 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 wer ist Da Hallo Habe ich Oh Wixi hab dich vermess Ah Wixi 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 superman Der Trotsam ist kaputt Ja, sicher. Oh mein Gott. Scheren, wem. Wetter... ...Modumtrierung weg sind. Check, 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 check. One, two, one, two... Wer ist draußen? Ja, ja, ich warte, dass ich hier abgeholt werde. weil ich brauche nicht da kommt da jetzt so ein Dino-Hort gefährt ja ich hoffe mal er da ich hier mal angeflogen kommt und mich abholt hier ich muss den anderen abholen zum Base bringen die beiden absetzen dann zurück und überfliegt euch meinen Abstrang und dann wieder hinfliegen und dann wieder rum aber ist eigentlich irgendjemandem aufgefallen dass ich das alte Raumschiff fast da so kaputt rum lag halbwegs repariert habe ist dir eigentlich aufgefallen dass dein Raumschiff kaputt ist haltet die Fresse ich mich richtig die sind so scheiße irgendjemand soll doch alles privat machen Alter ich weiß wieder nicht hören Oh Himmel Ich bin droht Ich steig jetzt ein über Was hier Mark to the A to the E to the O To the Mark ist ja hier Nein Oh Gott hat hier schon wieder jemand ein über den Bedusch getrunken oder wie Nee der ist einfach so Nee der ist einfach so Alter ihr seid alle so fertig ey Bitte Jummi 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 Wenn irgendjemand mein verdammtes kack Flugzeug kaputt gemacht hat Micky Äh ich peck euch alle mit meinem fetten Pernes Ja Jummi Jummi Ich hab jetzt so das Vierte für die anderen nachgeschoben, verfingte Blutdinge. Ihr seid so schlechte Menschen, ihr seid nur verkleidet. Und ihr? Einsteigen. Ja, wie einsteigen? Falsch Faktion. Achso, du bist... Du bist Feuerwerk. Äh, auf i, tsch, quies. Ich hab das so hübsch gemacht. So hübsch! Ich weiß, ich weiß noch, als wir überlegt haben, das Map für die Bunchday. Oh mein Gott, wir hätten das getan. Äh, wir hätten das tun sollen. Und die schöne Sau, wie ich den Sitz angebaut hab. Ja, und ich hab das... Mit Liebe. Mit Liebe? Geh mal auf i, geh auf Faktion. Ich seh, ich seh was orange ist. Ich flieg weg, das ist meins. Falsche Faktion seid ihr bescheuert, das ist meins! Dann auf TJ Player, und da... Dann... Gib das wieder her! Gib das wieder her! Das ist mein Paarplatz, guck mal wie schön ich ein Haar gemalt hab! Schmeiß das weg hier! Achja, wir waren mit dem Raumschiff auf dem Boot gewesen. Da meinten die ja, sie könnten dann landen, da wurden wir abgeknallt. What? Ich guck mich nicht warum, Alter! Weißt du, wie lange ich überhaupt gebraucht hab, um allein die Farbe an dieses Stück zu bringen? Ihr Pussy seid alle verreckt dort, ey! Du Pussy warst da gestrandet ohne mich, wärst du gar nicht weggekommen. Bis jetzt bist du noch nicht irgendwie als, äh... Ohne MEIN Fluggerät, ja hättest du mich gar nicht abholen können! Nehmen wir sofort jemanden meinen Raumschiff! Da ist doch schon dein Raumschiff, das ist halt nur... Ja, hast du schon die gedrückt? Das gehört mir noch nicht! E, wo sie nicht beifallendet sind! So, du müsstest mal der Fraktion beitreten, immer noch! Ja, jetzt haben wir einen neuen! Unter E, Fraktion, und warten wir TJ-Player! Wir warten, oder was? Ja, wir werden! Der ist ja eigentlich Fraktion 1! Ich! Die Russen! Die sind ja auch mit drauf! Oh mein Gott, die Russen! Oh mein Gott, die Russen! Jetzt solltest du... Äh, wo lauf ich eigentlich nicht lang? Das ist nicht gut, ne? Könnten wir jetzt ein bisschen zur Normalität zurückhänden, okay? Doch! Ich muss fliegen an zwei fucking Basen vorbei! Weißt du, wie wo ich schon fliegen könnte? Ich will sofort mein Raumschiff zurück! Hast du doch noch? Ich will sofort mein Raumschiff zurück! Mit zwei Sitzen! Und Nespitze unten dran! Und Orange! Und mit vielen Deckels! Die Kills! Tja... Fick dich dann, du fickst du doch! Ja, fickst du doch! Hallo! Das kann doch nicht sein! Die waren doch nur wenige Stunden weg! Einen Tag warst du weg! Das reicht! Das reicht! Die waren nur wenige Stunden alt! Die Arme! Gibt mir irgendjemand dieses Scheiß Raumschiff hier! Ich will das jetzt! Das ist meins! Das ist doch deins! Aber noch nicht! Noch ist hier ne Fraktion, die nicht meine ist! Hä? Das ist doch auf... Nein! Eine falsche Fraktion! Kein Kern vorhanden! Kein Kern vorhanden! Kein Kern vorhanden! Na dann mach doch mal nen Kern rein, du Spacko! Geht nicht, du Lappen! Du hast es doch privat gestellt! Nee, hab ich nicht! Doch, hast du! Extra nicht, dass der Wixi da so vorn ran kommt! Das ist doch privat! Warum ist doch ne Flagge? Warum ist doch ne Flagge? Warum ist doch ne Flagge? Was bedeutet weiße? Warum? Überdenk mal, was weiß bedeutet! Halt die Fresse da hinten! Was bedeutet weiß? Halt die Fresse! Weißt du, was weiß bedeutet? So, bitte aussteigen! Und auf die Weiße! Ich hätte auch jemals hingeflogen! Warum musst du immer alles kaputt machen? Das waren die Drohnen! Weil die scheiden schatten! Warum sind das so schlechte Menschen? So, ich komme jetzt zu den nächsten Zeitpassagieren! Ich geh schon mal Richtung Base! Du hast nicht so weit zu fliegen! Wir haben uns nicht abgesprochen! Was? Mit dem Design mal! Ich hab das so toll alles gemacht! Und ich hätte jeden überall hingeflogen! Und ihr habt gesehen, wie toll ich beide Raumschiffe da genau hingeparkt habe! Das ist einfach das Problem! Wix Wax! Wix Wax! Das hab ich dir auch zweimal gesagt! Wix Wax! 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 Wird Du mich jetzt zu der Grabstelle von meinem Flugzeug bringen oder was? Ja! Oh oh! Du wirst beschossen! Ne! Der musst du aber erstmal den Podcast wechseln hier! Ich meine... Schalehrlar. Rauschifter fährt! und er wird genau abgeschossen oder taxis kaputt das ist unsere garage spielt doch zusammen hat denn das geschutzt wenig ordnungsgemäß ja aber wir haben auch hier aliens die uns abknallen aber das ist ja damit kann ich ja nur auf der erde bleiben ich will mein hober wessel schwer drin wo drin der stund ich muss weg weg dann sind wir wieder nein allein stiftung nicht kaputt das kaputte flugzeug habt ihr immer noch nicht abgeholt oder was ihr seid so schlechte menschen ich habe euch das so dass sie wenigstens ihr fliegen könnt nur damit ihr da ist es ist ich weiß nicht ich mache jetzt hier mal allein ist das schiff neule du wurdest beschossen und dann bist du abgestürzt an und kummern weißt du das denn ja wo ich die beiden stehen ok der stoneragen ist schon mal gegangen jetzt ne es wird auch zeit junge jungen du hast bestimmt schluchte kaputt gemacht du hast kaputt gemacht ne um arsch hab ich kaputt gemacht was weiß ich du hast bestimmt kaputt gemacht du bist fliege ich bin flieger was flieger ooooh wie ist es denn kaputt gegangen es ging gar nicht kaputt es war viel zu krass äh ich äh am hier und sage waren auf dem mond mhm ja toll ja guck mal da unten ein ge-gewracktes ding dann sagst du die beiden nicht so im Ballern ja dann gib mir jemand diesen scheiß wessel hier frei damit ich den endlich für mich machen kann und da kommt keine zimmer an da fliege nur ich alleine und privat guck mal ob das ding noch fliegt weil du wurdest beschossen so ich geh jetzt mal eben ab ooooh oh äh nix da ich muss dich abholen jetzt wo bist du guck mal ey ich lebe mich übergaule ich soll doch dich denn abholen wenn da nicht wie du bist ich konnte mich alles an hier das ist ja ich kann noch gar nicht bunt machen das ist sozusagen geil ich hab dir extra eine eine neue pistole gemacht das ist ja